So, wie bringe ich denn dieses Programm jetzt wieder vom Computer herunter, dieses Icon einfach in den Papierkorb schieben, damit ist es nicht getan. Ich gehe hier mal auf die Systemsteuerung, Startsystemsteuerung und hier habe ich schon eingestellt kleine Symbole, normalerweise schaut es hier so aus, man kann es dann aber auf beiden Wegen lösen, entweder kleine Symbole, Programme und Funktionen oder hier in dieser Kategorieansicht dann hier entsprechend Programme deinstallieren. Hier haben wir es schon. Man kommt hier in dieses Fenster rein, hier sind alle Programme aufgelistet, die hier installiert sind und wenn ich hier mal auf Namen klicke, dann wird es hier namentlich sortiert und hier unten, da habe ich auch schon Medibang Paint Pro 7 und dann klicke ich hier einfach auf deinstallieren, bin mir sicher. So, dann werde ich noch gefragt, hier ist irgendwo eine gemeinsame Datei, dann sage ich ja, ich möchte alle deinstalliert haben und das war es dann schon. Ich sage hier, okay, dieses Programm ist hier aus der Liste verschwunden und ist hier auch entsprechend nicht mehr aufrufbar. Also Medi, da kommt hier nichts mehr, hier müsste spätestens bei Medi dieses Programm hier oben angezeigt worden sein. Okay.